Moin, willkommen zu einer neuen Runde CSGO. Mal wieder hier schön in Silber 1 rumdümpeln. Macht richtig Bock hier unten. Ich glaube, Silber 1 ist sogar das allerletzte, oder? Ah, ich bin Silber 2. Mensch, das gibt es ja gar nicht. Ja, nach 5 Siegen möchte das auch mal sein. Ich dachte schon, das passiert hier gar nicht mehr. Ja, Leute, durchpushen. Junge, ich bin auch hier. Oh. Ja, so bei 2 ist es schon schwerer. In Silber, Alter. Oha. Das ist ein Sieg. Oder er hat einen Diffuser. Kann ich mir nicht vorstellen. Junge, was? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ey, einfach ein Sieg. Ey, was? Geh ich mal snipen. Ich hab mir ja jetzt ein schöner Sniper gekauft. Na, die hab ich doch gehört. Ah, wo kam er denn jetzt her? Ich dachte, Mitte steht jemand. Da kommst du nicht drauf, dass die mich da komplett alleine lassen. Hinter dir war einer. Ah, CSGO-Teams. Finde ich top. Also, wenn er jetzt ein Stück fehlt, dann hat das, äh, dann hab ich da keine Rechte dran. Also, YouTube und so. Hä? Ne, die nehm ich nicht. Wer auch immer die mir hingeschmissen hat, kann aber halten. Will ich nicht. Ja, man sieht auch, Silber 2 ist so schwer. Ich schaffe hier nicht mal irgendwie einen Platz. Keine Chance. Wirklich. Ja, warum macht denn das keiner? Oh, Pallis, äh, Apartment. So, das wird jetzt interessant. Mein Team gewinnt auch ohne mich. Keine Frage. Seine Apathisch. Die sind überall. Und, go. Oh. Sertifft. Das kann doch gar nicht sein, oder? Das sieht so laggy aus. Guckst du denn da? Kitt. Kitt. Danke. Das hätte ich jetzt nicht überlebt. Vielen Darm. Oh, echt jetzt? Das kann nicht wahr sein, oder? Machen wir das mal. Schnell. Naja, vielleicht waren das jetzt auch die Ruggler, die ich da gesehen habe. Ist ja auch ein langes Match. Der passt schon. Komplett geblendet. Er gibt mir einen Kopfschuss. Kittchen, Kittchen, Kittchen. Bei ihm ist das wohl zur Küche. Zur Küche. Das ist viel zur Küche. Lauf, du Idiot. Äh, Kalt. Lauf. Du bist toooot. Niemand kriegt meine Autoschneiper. That is you. Da, eine kleine Ablenkung. I'm going back, mate. I am landing on the mobile. I'm heading back. I'm heading back. Remember, this is Bandit. Nein! Ich habe jetzt erst das Profilbild von Lila gesehen und dann diese Stimme dazu. Ah, genial. Der Bandit. Schiedsfehl. Throw in Flashbang. Ace. Vom letzten auf den dritten Platz. Also, wenn die nachdenken, gehen die jetzt B. Bin aber nicht sicher, ob die nachdenken. Ah, sieht schlecht aus. Schade, dass die Lieder zum Schluss nicht nur kamen, weil das hat wirklich gepasst, jetzt gerade. Meister Asse. Meister Asse. Naja, top. Mach ich noch eine Runde. So, weiter geht's. Gleiche Karte. Langes Spiel dieses Mal. Mal wieder ein random Team. Blank. 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 Glänthe doch. Jetzt ob er mich hört, ne? What? das hätte ich jetzt nicht erwartet wieso wo sie ja blau schon mal in dem spiel getroffen haben und gemütet haben ja nun plente doch ich habe nicht mal einen gesehen also ich habe ich habe ja alles hat sich ja nichts getan das wäre es jetzt gewesen wäre da einer was ist denn das hier habe ich viel kohle also hier muss man wirklich durch pushen um noch irgendwie zu bekommen ha 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 hmm das ist irgendwie langweilig ja ich bin ja halt aus silber das ist das ich selber bin oder was war das ja was machen sollen ja dann mal schön da gehen ja wo immer die hingegangen oh man ja leck mich doch am arsch mach das doch selber ich nehme jetzt die p90 kein bock mehr auf die awp ich kotze mich an also das ist hier wirklich nur eine jacht ja die jagd nach den spielern ja ich könnte einfach aufgeben afk tatsächlich afk ja klar der eine immer okay jetzt kommt die ultimative illuminierung und und Oh, die Gegner tun mir leid. Alter, was ist das? Oh, das macht Spaß. So muss jede Runde laufen. Ja, muss ich mal sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hä? Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.